Hallo zusammen, mein Name ist Katja. Ich arbeite als freiberufliche Deutschlehrerin und schon seit mehr als fünf Jahren unterrichte ich Deutsch an alle Niveaustufen sowie fast alle Altersgruppen. Ich bin diplomierte Linguistin. Im Jahr 2017 habe ich nämlich an der Staatlichen Universität St. Petersburg meinen Master absolviert. Außerdem habe ich meine gesamte Jugend sowie einen großen Teil von meiner Kindheit in Deutschland verbracht und bin in einer Vorstadt von Hannover aufs Gymnasium gegangen. Im Jahr 2011 habe ich anschließend mit einer guten bis sehr guten Note mein Abitur bestanden. Deshalb spreche ich reinstes Hochdeutsch, welches ich auch weiterhin versuche, instand zu halten, indem ich mich unter anderem hin und wieder mit Muttersprachlern unterhalte. Format занятия. Zavisit от ваших пожеланий и потребностей. Например, оно может проходить в форме непринужденной беседы, в ходе которой вы получите от меня Feedback, и рекомендации, как выразить вашу мысль более кратко и естественно. Кроме того, в конце занятия вы получите список слов и выражений, которые нам встретились, или модули со словами с переводом на русский язык. Все материалы включены в стоимость занятия и загружаются на интерактивную доску мира, к которой вы имеете бесплатный и неограниченный доступ. До встречи на правном уроке!